Und noch mal. Jiiiiiihah. Und durch. Wir haben viel Arbeit vor uns, bevor wir abgeholt werden. Positionen einnehmen. Wann sollte das Schiff noch mal eintreffen, Sergeant? Lass lieber den Blaster sprechen. Okay. Oh ja, ich bin dran gekommen. Leute. Oh, das nimmt da kein Ende. Habt ihr dem Schiff auch die richtigen Koordinaten gegeben, Sergeant? Flüchter mit, Glänzer. Wo bin ich denn? Wo bin ich? Ja. Wir beschützen euch, General. Ich wollte mich nur für eure Hilfe bedanken. Keine Ursache, Sergeant. Wir lassen keinen unserer Leute zurück. Habt ihr von General Kenobi gehört? Nur als er Juma 9 wie geplant erreicht hat, Sir. Die Übertragung war etwas gestört, aber bei den ganzen Asteroidenfeldern ist das nicht ungewöhnlich. Und damit beende ich dann auch die Aufnahme-Session, denn ich schaff' keinen Bock mehr. Aber... So, neue Aufnahme-Session am Start. Immer noch derselbe Tag, aber... Hab jetzt wieder Platz auf der Festplatte. Hab einfach alles auf meine zweite verschoben. Was genau sollen wir auf dieser Patrouille suchen, Captain? Druiden, Separatisten, Schmuggler, wilde Tiere. Im Grunde alles, was uns töten will. Ah, das Übliche also. Und jetzt geht's weiter mit... Let's play... Sehr beeindruckend, so ein AT-RT, ja? Zielen und feuern, du kannst. Äh... Womit konnte ich jetzt nochmal ziehen? Zielen, damit. Schalten wir diese Blechbüchsen aus. Äh... Vorsichtig bleiben. Ihr stimmt etwas nicht. So. Nicht. Diese engen Straßen sind wie gemacht für Hinterhalte. Ich tu' mal so, als hätt' ich das nicht gehört. Mein Gefühl sagt mir, das ist ein Hinterhalt. Konnte ich da hoch? Nein. Okay. Zeig mir! Aua! Auch gut, ich laufe mit Mixbox-Controller, aber er schießt mit der Maus. Hinterhalt! Aufpassen! An... Ui... Ui... Das könnte Ärger bedeuten. Schluss mit dem Teile zählen. Wir müssen weiter. Oh, mein Aim ist so wunderschön. Ich regeneriere mich erst mal. Und in der Zeit aim ich so ein bisschen. Lol. Was ist jetzt los? Oh, ich klicke dabei auf Desktop. Das ist schlecht. So. Ja, in den Abgrund gesprungen. Skill. Und das Artefakt hab' ich schon. Ja. Beste. Glaube ich jedenfalls, dass ich das schon hab'. Ich kann mit dem Teil nicht springen. Ja. Mann. Ich glaube, ich lasse einfach mal das Artefakt Artefakt sein. Wird wohl das Beste sein. Vorsichtig. Es geht tief runter. Oh, ich passe schon auf. Genau wie der Droider-Kung auf den Steps. Sie haben uns. Die ich natürlich nicht treffe. Wir haben gewonnen. Ist das ein Grund, überrascht zu sein? Hm, was riecht irgendwie nach Hinterhalt. Seht ihr das, Sir? Das sollten wir besser überprüfen. Gut. Ich würde mir gern mal die Beine vertreten. Sollen wir das melden? Das wollte ich gerade tun. Yay. Level complete. Level complete. Achso, und ich wundern, ähm, falls man Autos hört, ich hab' das Fenster offen. Sir, wir haben etwas gefunden. Ich schicke jetzt die Koordinaten. Sieht aus wie... Kontakt! Rex, was ist da los? Rex! Meister? Ich hab' seine Position. Gehen wir. Yay. Noch mehr Jump'n'Run. War ja auch noch nicht genug. Eigentlich wollte ich in die andere Richtung. Na, ist doch easy. Huch. Das Artefakt da unten hab' ich schon. Das weiß ich. Ja. Was sag' ich? Äh. Ja. Ähm. Ähm. Warum landet der nicht auf die... Auf die Röhre, genau. Auf der Röhre. Oh, gut. Ist der schon ein paar Minuten her, seitdem... Sehr witzig, Snips. Sterbt! Nee, die Hunde. Schade, dass ich den Dialog jetzt übersprungen hab'. Wollte ich gar nicht. Ah. 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 Hopp. Irgendwie rush ich gerade richtig durchs Level durch, ich weiß nicht, woran es liegt. Hui. Wupp, wupp, wupp. Also müssen die nicht Muskelkater wie sonst was, was zum, oh nein, das sind doch jetzt nicht wirklich. Ah, Sky Guy, ihr wisst schon, dass man uns verfolgt? Vor uns ist auch noch einer, folge mir einfach. Die Falle aktivieren? Manchmal klingt ihr genau wie Meister Kenobi. Das, ach, ne. Guck mal hier, Trixa. Wow. Und wupp, und hopp, und oben bin ich. Ui. Oh Gott, Magna-Wache. Bleib in der Nähe, Ahsoka. Diese Kerle können gemein sein. Ich weiß, ich hab drei von ihnen bekämpft, alleine. Damals auf Tatooine. Oh, da gab's so spezielle Taktik zu. Hallo. Ich glaub, das war die Taktik. Oder auch nicht. Was hab ich grad gemacht, dass ich... Ah, okay. Der hat sich wohl selbst verschrottet. Okay. Okay. Ich weiß, dass du spät. Oh Gott. Oh Gott. Aye. Hey. Oh Gott. Photoshop. Oh Gott.